Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Psychobudys Gameplay. Wieder am Start, Carnis, Lupus und Boasco. Viel Spaß. Ach da, die Geschwindigkeit von Waffen ist um 300 Prozent. Oha, dann nehmen wir hier mal Schnellfeuer raus. So, dann haben wir mal kurz Gucken, Übersicht. Drei brauchen wir noch. Alter, geil, ich hab mal die Welt, aber die alle ziehen. Ja, Alter, Alter. Oh, 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 oh. Enderspiel. Quake. Den kann ich schießen auch durch die Wände, ja? Ich weiß mal, irgendwo. Die da oben, hab da oben. Ja, der ist ja auch nicht mehr hier. Ja, da ist einer. Wie kommt der hierher? Über den hast du aber schöne. Ja Das was. Was disappeared. Der ist aber wie ihr schnitten Brot. Ist der Armweg, wurde nicht neigten Ghost. Oh, verdammt. nein du hast jetzt nicht wirklich hierher geschossen ich habe auf klaus geschossen der war schon tot, du hast doch mich geschossen dabei die geisel hier bitte und ich sag einfach die dinger schießen durch die wände mal in und munter quer über die karte du hast wirklich geballert wir haben ja alle was durch was kaputt machen geht jetzt schon ab, oh da kommt die geilste der hat auch das Bier von unten kam der Gangfürst AAAAAAAA der Bendenbäckner, wo kommt die denn? ruhig 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 ist das eine Sauerei ey wie ne Fresse ist das widerlich die Straßenreinjungen freuen so, wir kühlen mal los Geleitschutz, Geleitschutz er ist sicher angekommen ach so, wir kriegen auch wieder 25$ das macht ja auch nicht Druck da sind die das sind die warte dein die diagonal ja das ist der Massaker mit der Knaarre der ich war noch auf die was da mal auf mein was da oh scheiße guck mal scheiße Die eigentliche Kiste ist mit in die Luft geflogen, deswegen müssen wir nochmal spielen, um alle Kisten zu bringen. Ach Junge, ey! Wieder hier! Ich bin nicht durch! Ich bin nicht durch! Ich bin nicht durch! Wo macht denn der hier? Ey Junge, dafür müsstest du die Kugel nicht abkriegen! Wir knallig haben, wir knallig haben! Na jetzt! Stop! Wir müssen einfach mal spielen wegen der Kisten. Ach so, da müssen wir nicht auf die geilste Karte jetzt. Der ist auch sein Geld! Ach ne doch! Jetzt ist ja vorbei! Ach stimmt ja! Ich bin nicht ausgelöst, um zu müssen zu bringen! Uuuuh! Uuuuh! Der Pämmel war noch! Ich höre die alle gleiche Kuchen! Kaff, kaff, kaff! Ja! Ja! Wir haben ja auch Kamele, wenn wir uns nicht bewegen sind, sonst ja auch nicht! Wer wird den Nahkampf schlagen? Nahkampf! Hier wird keiner Nahkampf haben! Nahkampf, ich habe immer Nahkampf gemacht, ich habe gestorben! Obwohl ich hundertmal auf ihn eingeschlagen habe! Ja! Alter, die Mönchen sind komplett tödlich hier! Das ist super gut! Das ist super gut, lieber! Ja! Das ist so geil, dass du hier in die Brille dran kannst! Du stehst hier im Wohnzimmer und raust ihn! So! Jetzt du Freunden-Tanzer! Haha! Lass sie kommen! Oh! Ich hab's aber schon... Ja! 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 Ich hab's hier schon wieder ausgedacht, Alter! Ich steh' nur noch eh ne Grundmauer! Ja! Geil, ey! Ja! Geil, schenken! Ja! 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 Boah! Phoenix, ich dachte ich geh mit drücken! Ja Kurde! Ja! Na! Ja! Na! Ja! Ja! Ja, ja! 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 Ich schiebe dich weg an meiner Füßen hin, der Treffen! Ach Scheiße! Scheiße hier! Stimmt da war die Küste! Erstmal bin ich auch passiert. Jetzt. Ich weiß nicht, wie es denn noch geifelt wird. Was ist denn das Ding in die Luft? Ich habe nichts angefasst. Ich habe nicht geschossen. Ich bin durch die Hecke gelaufen. Wahrscheinlich. Ich kann auch sagen, das ist eine Geisel. Gut, ich lasse meinen nervösen Finger vom Abzug. Du bist so Dread out of my life. Hochschul! 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 Massaker! Geile Funktion! Hochschul! Was ist das für die Geisel schießen? Ich bin sogar gerettet. Mit all die Retter-Einhand. Zum Fahrzeug, da haben wir nicht alle Kissen. Was ist das für ein Fuss? Was ist das für ein Fuss? Mann! Mann! Das ist ein Fuss! aus den meisten Eltern in Edinburgh vorzogen es will Kinder in Glasböden groß zu ziehen bis diese Feuerwehr sind geil geil das Modell auch für jetzt so Snipp und sie liegen um Snipp ok was hat man da Feuerintervall Nachladezeit das ist ja wie bei der Schrot Reichweite 20 Meter 16 Meter ok Schaden fängt gleich mit 100 an Magazin nur 3 aber ich denke mir Nachladezeit ist egal wenn wir da 300% drin haben aber ich finde die Waffe die wir jetzt haben hier ist geil 24.000 wollen die noch aufrüsten? ja was hau denn du hast ja der ich bin ja immer nur schuld wenn der Geisel stirbt das kann ich nicht in der Nähe können wir nicht mehr machen was haben wir hier überhaupt Sprittergranate 8 Stück für aber meinst du die ist Aktivierung Schaden Grund aber Besuch mach klug nee ich kriegste mal noch die Raketen na wobei ach scheiße wie Sparmorz in der Geld jetzt ist hier mal Sparmorz haben wir gesagt Trefferpunkte Markkampfschaden 20 Bürger gerettet 73 86 tot das ist nicht so gut schlechte Quote da sind bestimmt 66 wahrscheinlich scheinig so der Wochenmarkt ist freigeschaltet ist das eine Mission oder ist das da wo wir einkaufen da können wir einkaufen gehen ne ist eine Mission die mit Cyberware verstärkten Brüder Vince und Lanz haben das Marktviertel übernommen kümmere dich darum naja ist ja wieder unser Gameplay eliminiere Vince und Lanz sammle Beweise vernichte alle Feinde ich bin da die letzte Mission auf dem Montag ich muss heute kurzer 3 los ich muss ein Päckchen endlich mal abhieren sonst macht vier die Post Vince und Lanz da werden wir mal da werden wir mal Vince eine Lanze schrubben mal hätte an grenzwertig rausschneiden so wir können ja hier durchdrehen ist ja hier nüchtern hier ist erstmal alle achso ich dachte wir haben Granaten ne haben wir nicht so die ist schon mal pulvuriert alles klar also ich glaube die zielsuchenden Raketen äh wenn du die abholst äh die hör doch mal auf meine Sensibilisten das ist scheiß drauf man wir haben mein Gesicht gesehen ja uns in der Geheimoperation du bist ein gesichtsloser Roboter alter warum kann ich denn hier nicht durch die Tempo schieben was haben wir jetzt denn hier ich hab die Dorn das ist ja der Klon überall ja Pflanz das ist auch anders das ist ja immer was ist denn für ein Schleswig das sieht aus als wenn wir aus dem Prozess im Bogen stören müssen haben wir hier nicht mit dem Blau oder irgendwas gekriegt das ist ja ein Schleswig das sind das aber jetzt in jedem Plan das ist ja ein Straßensperrungs das ist ja ein Straßensperrungs nöss money 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 schau mal warum komm ich denn hier nicht rein ey F***er, Alter. Nein, Alter! Was ist denn für ein Latour neben mir? Ihr und eure Ver-Fickten-Schurme, Alter. Stimmt mit euch nicht. Jetzt bin ich rot. Was ist denn für ein Latour? In die Bude, in den Kopf. Da brauchen wir auch schon wieder einen Hexen-Schlüssel. Ich dring hier gleich durch. Wo hinkenschlüssel hab ich da gerade? Ich krieg nach dem blauen, den wir gerade eingelöst haben. Blau haben wir. Das Boot. Wo ist denn die rote? Die ist hier oben. Das Boot haben wir doch noch. Der Glanz hat es doch wieder gestreckt. Zerfetzt. Zerfetzt. Aber diese komischen Pharaonschlüssel haben wir noch nicht, oder? Das ist ja ein Ding. Genau. Da brauchen wir bestimmt ein Hacking-Tool, aber das haben wir doch noch. Das haben wir doch, oder? So für bist du denn? Verdächtig. Und ich bin alle Fertächtigt. Ah ja ja ja. Aber wir haben einen Kallebieren, also schon da. Ich bin irgendwie nicht so cool an der Hände. Aber wir haben einen Kallebieren, also schon da. Ich bin aber hier bei meinem Kalle. Ich bin aber hier bei einem Kallebieren. Die ganze Anlage, die haben wir jetzt. Die Karre kaputt machen. Scheiß Auto hier. Parken hier so blöd. Urteil vollstreckt. Feierabend.